Wir spielen Ihnen heute der Frackzwang von Günter Bruss, interpretiert von Julian Werler. Halt! Ein gewöhnliches Talent kann höchstens eine gute Rolle spielen. Ein Genie hingegen ist die Rolle selbst. Fußnote von Julian Werler zur zweiten Präambel aus dem Ligretto von Julian Werler. Das einzige Mittel gegen die Beliebigkeit ist die Hoffnung. Die Hoffnung, dass was man tut, nicht beliebig ist. Halt! 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 Halt!